Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir einen VW Golf 7 Vor-Facelift am Start. Wie ihr sehen könnt, wir haben Oma Hilde das Auto mal kurz gerippt und werde da jetzt einmal das komplette Tuning-Paket durchziehen. Das Fahrzeug bekommt von uns zunächst mal ein Gewindefahrwerk verpasst, weil ihr seht, hoch wie Bus, auch wenn es bloß ein Golf 7 ist. Aber auch die Stahlfelge mit der Original Radcover sehen nicht ganz so sexy aus, deswegen schmeißen wir hier ein paar nice 19 Zöller drauf. Wir legen dann weiter. Graue Maus, relativ schlicht, könnte ein bisschen peppiger sein. Deswegen bekommt das Fahrzeug von uns noch eine Teilfolierung, damit das Ganze einfach mal ein bisschen fresher aussieht und nicht ganz so langweilig. Und im Anschluss gehen wir natürlich ans Bodykit über. Das Bodykit umfasst einmal Scheinwerferblenden vorne, Kaps-Spoilerlippe, Seitenschweller, Heckflügel, Rücklichtblende und einen Diffusor. Und im Zuge des Diffusors müssen wir gleich auch noch an die Abgasanlage dran, weil ich hätte gerne links und rechts ein paar Entrohre. Und das Ganze machen wir jetzt hier im Anschluss. Zunächst muss ich mich erstmal noch umziehen gehen, dann fahren wir in die Halle und dann legen wir mit Fahrwerk und Felgen los. Dementsprechend sehen wir uns gleich. Bleibt dran! So, ich habe mich umgezogen. Arbeitskleidung ist schon an und jetzt können wir loslegen. Bevor ich jetzt das Auto nach oben lasse, habe ich die Motorhaube geöffnet, weil wir jetzt hier ein bisschen was vorbereiten müssen. Hier drunter sitzen die Befestigungsschrauben vom Domlager. Damit wir da später sauber dran kommen, machen wir hier einmal die Dichtung weg. Und wir haben hier neben eine Klammer drin, die die Verkleidung runter hält. Die mache ich raus, lege die zur Seite und dann können wir die Verkleidung hier anheben. Das reicht uns dann später, um hier an die drei Schrauben vom Domlager zu kommen. Nachdem wir die Radkabel weggemacht haben, müssen wir jetzt zuerst mal die Zentralschraube von der Antriebswelle lösen. Damit wir später den Achschenkel ausbauen können. Das Ding ist verdammt fest und wird mit einer 24er Vielzahnluss bei VW gelöst. Man merkt, dass da 200 Newton drin stecken. Jetzt lösen wir die gerade so ein bisschen an. Das reicht schon. Und dann geht es auch schon nach oben mit dem Fahrzeug. Und jetzt können wir die Schrauben und den Schlagschrauber komplett rausholen. Wichtig ist jetzt ein kleines Stück hineindrehen und mal einen Pump angeben, damit sie los ist. Falls das so nicht funktionieren wird, brauchen wir halt einen Hammer, um das ein bisschen reinzuklopfen. Aber das Fahrzeug hat eine geringe Laufleistung, deswegen ist das alles noch sehr schön gängig. Als nächstes sehen wir jetzt hier drin die ganzen Leitungen. Auch hier der Stecker vom ABS-Sensor, den tun wir jetzt ausbauen, damit wir da später einfach mehr Platz haben. Dann machen wir das erste weg und dann nehmen wir auch hier die Halterung direkt ab, wo der ganze Kabelstrang sowie auch die Bremsleitung dran ist. Als nächstes tun wir die Zentralschraube vom Federbein lösen. Da brauchen wir jetzt einmal auf der gegenüberliegenden Seite auch einen Vielzahn und unseren Schlagschrauber mit einer 18er Nuss. Dann lösen wir die Koppelstange vom Federbein, ebenfalls mit einer 18er Nuss. Jetzt können wir das Ganze uns ein bisschen zurecht drücken, damit wir die Koppelstange abnehmen können. Und die tun wir jetzt einfach hier an der Seite mal runterbaumeln lassen. Die brauchen wir erst später wieder. Hier neben könnt ihr sehen, dass am Achsschenkel eine Nut ist. Diese Nut müssen wir jetzt etwas spreizen, damit das Federbein aus dem Achsschenkel rauskommt. Dazu nehme ich den Meißel und tue den einfach hier rein klopfen. Jetzt haben wir das vorbereitet. Jetzt geht es nochmal ein Stockwerk höher. Und jetzt lösen wir die drei Schrauben vom Traggelenk. Auch hier mit der 16er Nuss und dem Schlagschrauber ein leichtes Spiel. Jetzt nehmen wir mal wieder etwas runter. Und nun müssen wir die Antriebswelle ausfädeln. Das heißt, wir schlagen hier einmal komplett ein. Wenn wir hier merken, dass sie noch ein bisschen fest ist, nehmen wir einfach die Schraube wieder zur Hand. So, jetzt brauchen wir den Kollegen Getriebeheber noch einmal. Dann lassen wir das Fahrzeug wieder ein Stückchen auf. Das gibt jetzt quasi meine Stütze für den Achsschenkel. So, dann lassen wir gerade hier abgestützt, damit die Bremsleitung nicht zu stark unter Zug kommt. Und natürlich hier keine Beschädigung von der Bremsleitung folgt. Jetzt müssen wir auf die Leitern auf. Und dann mache ich von oben die Reitschraube vom Domlager ab. Und dann haben wir das Federbein schon in der Hand. Hallo, Federbein! Jetzt müssen wir das Federbein noch zerlegen, weil wir brauchen einmal das Domlager hier oben. Dazu schnappen wir uns jetzt einen Federspanner. Ich nehme hier mehr oder weniger die günstigste Variante von dem Federspanner. Weil ich sagen muss, ich habe mit den A schon super Erfahrungen gemacht. Die funktionieren, weil ich noch nie ein Federbein abhanden komme oder wegsprunge. Daher super Sache. So, einmal gegenüberliegend müssen wir die anziehen. Jetzt spannen wir das Ganze. Und dann können wir auch schon die Mutter vom Stolzdämpfer öffnen. Und schon haben wir das Domlager in der Hand. Und können wir den Federspanner wieder entspannen. Staubschutzmanschette brauchen wir jetzt noch. Und das Domlager. Hier empfiehlt sich, wenn ihr die Arbeit euch schon macht und das Fahrzeug eine größere Laufleistung hat, ich sage mal so, ab 70.000 Kilometer aufwärts hier gleich ein neuer Domlager zu verbauen. Weil ihr habt es eh in der Hand. Deswegen bietet sich das Ganze an. Ich habe jetzt hier das neue Federbein. Das kommt von der Firma DTS. Die hat uns ein komplettes Gewindefahrwerk geliefert. Wie ihr sehen könnt, super schön verzinkte Oberfläche. Auch die Verstellteller sind schön beschichtet. Also optisch einsame Spitze. Und jetzt müssen wir das Ganze zusammenbauen wieder. Ich habe hier jetzt mir schon ein Grundmaß eingestellt. In Teilegutachter habt ihr ein sogenanntes Mindestmaß, das ihr nicht unterschreiben dürft. Das ist immer zur nächstgelegenen gehäuse seitigen Schraube vom Fahrzeug bezogen. Das heißt, hier bin ich noch etwas drüber gegangen. Weil wir natürlich noch etwas Spielraum haben. Wir wollen das so tief wie möglich. Aber auch so, dass natürlich die Freigängigkeit später gewährleistet ist. Somit legen wir jetzt los. Ich setze hier die Feder an. Und beim Golfsiffer habt ihr hier noch das Domlager. Das ist zweiteilig. Wie ihr sehen könnt. Und das muss immer auf diese eine Nut wieder zusammengebaut sein. Das ist ganz wichtig. Weil, wie ihr sehen könnt. Das ist leicht exzentrisch. Hier. Und wenn wir da nicht drauf achten, haben wir später natürlich eine komplett falsche Einstellung. Und das kriegt man mit der Achsvermessung Animi reguliert. Wichtig ist, dass diese Nut auch immer zur Fahrzeuginnenseite zeigt. Sprich, wir haben hier unten von unserem Achsschenkel den Bolzen. Und genau so richten wir jetzt auch hier oben das Domlager aus, dass wir hier in einer Flucht sind. Dann haben wir später bei der Montage natürlich einfacher. Jetzt drücken wir uns das Ganze ein bisschen runter. Dann setze ich die Mutti an. Und die wird jetzt mit dem 22er Schlüssel auch gezogen. Bekommt 50 Joulemeter Drehmoment. Und dann sehen wir uns gleich im Fahrzeug wieder. Jetzt können wir den Achsschenkel wieder ins Federbein einführen. Dazu wechsle ich jetzt kurz mit dem Getriebeheber den Stempel. Ich richte mir das jetzt so aus. Und dann kann ich das Traggelenk hochziehen und dann flutzt es schön rein. Wichtig ist jetzt hierbei, dass das Federbein auch hier am Achsschenkel super schön aufliegt. Wir haben hier unten eine Nut, wo dann das Federbein, wie gesagt, schön drin steht. Das ist wichtig. Also sitzt drin. Dann können wir unseren Spreizer wieder rausholen. und fixieren das Ganze auch schon mal wieder mit der ersten Schraube. So. Und dann müssen wir jetzt die Antriebswelle wieder einführen. Und auch hier legen wir dafür jetzt direkt wieder unsere Schraube an. Dann kann die nämlich nicht abhauen. Jetzt können wir auch den Getriebeheber wieder rausnehmen. Und das Traggelenk wieder sauber einführen. Dann machen wir auch gleich die drei Mutti wieder drauf. Ich ziehe die jetzt bloß auf Stufe 1 an. Ich komme dann natürlich später nochmal mit dem Drehmomentschlüssel drauf, um dann das richtige Drehmoment für den Anzug zu generieren. Dann können wir die Koppelstange wieder zurückholen. Dann machen wir die auch direkt wieder fest. Dann machen wir den Halter wieder für die Bremsleitung und den ABS-Sensor drauf. Und dann haben wir es auch schon wieder gleich geschafft. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Drehmomentschlüssel drauf. Du alle Schrauben nachziehen mit dem richtigen Drehmoment. Und dann ist die Vorderachse schon fertig. Relativ einfach. Jetzt gehen wir an die Hinterachse dran. Vorteil hierbei ist, die geht meistens bedeutend schneller. Aber auch hier ist das selbe Spiel. Radkappe ab, Rad runter und dann schauen wir uns mal, was uns hier erwartet. So, wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier das Federbein, das wir lösen müssen. Auch hier wiederum der Achsschenkel. Den tun wir einfach hier vorne abkippen. Hinter die Koppelstange müssen wir lösen. Und ganz hinten seht ihr hier noch für die Niveauregulierung das Gestänge. Das muss auch weg, weil wenn wir das vergessen, bricht es ab und dann wird es bläht. Und flopp ist das Ganze schon frei. Schnappen wir uns die Originalfeder. Dann haben wir die schon mal raus. Das Stützlager vom Federbein ist jetzt hier oben befestigt. Da haben wir einmal hier links und rechts die zwei Schrauben. Die müssen wir jetzt lösen. Und jetzt müssen wir hier einfach die Staubschutzkappe abziehen. Und dann kommt uns auch schon die Mutti entgegen, damit wir das Stützlager jetzt demontieren können, um das neue Federbein zu montieren. Die Staubschutzkappe hier geht runter. Die brauchen wir nämlich. Die brauchen nur das reine Stützlager. Jetzt holen wir das neue Federbein. Das hier drauf. Und damit wir es jetzt ein bisschen einfacher haben, gehen wir an den Schraubstock. Das könnt ihr jetzt mit dem Drehmomentschlüssel machen oder so wie ich einfach handfest. Weil hier geht bloß maximal 25 Nm drauf. Ist nicht viel. Kann man auch so machen. Und das gleiche Spiel. In umgekehrter Reihenfolge geht es jetzt wieder ans Fahrzeug. Ich habe auch hier wieder den Federteller voreinstellt. Wichtig ist jetzt hier, dass die Feder sauber in die Aufnahme eingeführt wird. Weil wir haben hier einen Anschlagpunkt und da muss die Feder sauber drin sitzen. Und dann ohne Gummiunterlage kommt das Ganze hier rein. So, ihr habt jetzt vorderen Hinterachse mitbekommen. Ich mache mich jetzt noch auf die andere Seite dran. Dann räume ich ein bisschen auf. Und dann machen wir noch die schönen 19 Zöller drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie dann das Ganze zusammen kommt. Jetzt können wir uns den schönen Kompletträdern widmen. Die Kompletträder kommen von der Firma Thomason. Die haben uns das Radtyp AR1 geliefert. In 8,5 x 19 ET45 einmal ringsherum. Zusammen mit dem Thomason Spotrace in 2,25, 35 ZR19. Alles kann man sich nicht immer merken. Ja, würde ich doch sagen, knallen wir direkt mal drauf. Weil jetzt bin ich auf das Ergebnis gespannt, wie das wirkt zusammen mit der Tieferlegung. Gerade jetzt in der Verbindung mit dem Gewindefahrwerk ist es wichtig nochmal zu kontrollieren, ist die Freigängigkeit zum Gewindefahrwerkgever. Also, hier ist noch massig Platz bis zum Federbein. Wenn wir das Ganze nochmal reinlenken, könnt ihr das hier neben schön sehen. Ja, da ist genug Platz hier dazwischen. Jetzt lassen wir das gute Stück mal zurück auf den Boden der Tatsache. Und seht ihr da? Finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Gerade das Andrazitfarbene von der Felge passt sehr gut zu dem Graufarbton vom Fahrzeug. Also, sehr, sehr gelungene Sache. Jetzt geht es weiter. Wir müssen einmal die Abstände kontrollieren, damit natürlich links und rechts dieselbe Höhe entspricht. Und dann geht es zur Achsvermessung. Und wenn wir das hinter uns haben, dann schauen wir uns nochmal in Ruhe alles an, kontrollieren alles nochmal und dann haben wir das Thema Rad-Reifen-Kombination in Verbindung mit dem Gewindefahrwerk abgeschlossen. Im nächsten Step sind wir dann dran mit der Folierung. Hier zeigen wir euch, wie man mit Folierung arbeitet, wie man Folierung am besten ans Auto bringt. Und ich hoffe, die ganzen Tipps hier haben euch was gebracht und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like da und teilt es gerne in die Welt. Und schreibt mal drunter, wie euer erster Eindruck ist mit dem Gewindefahrwerk zusammen mit den schönen Kompletträdern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Ciao!